Oh, die Knick! Ich brauch ihn noch nicht, das. Stimmt, ich könnte das ganze Zeit runterschießen, dann ist der ein Traum. Alter, alle achst mich. Oh, mein Gott, habt euch. Ach, Axt. Kack, Axt, Digga. Ey, nein. Bitte, lass mich doch etwas. Oh, mein Gott. Nicht wieder Taubung, Spieler. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott sind hier viele. Oh, mein Gott. Ein Shot. Hast du meine Schuhe gesehen? Oh, mein Gott. Warte, lass mich mal. Ich kämpfe gerade. Ich habe gerade schon ein, zwei Duels rausgeholt. Okay. Weil, der ist ja auch... tiefe. Aber, sie ist Gurke. Guck grehen. Da hast du dich gehört, Digga! Och, nö. Jetzt kommt er noch auf den Baum drauf, oder? Das ist auf dem Baum. Ich sag nur, das ist auf dem Baum. Das ist auf dem Baum. Pratans! Digga! Pratans! Was ist das? Musst du dich vertraust als Spieler angegriffen werden? Kacke! Mini, 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 mini! LMG! Ich hab keine Ahnung, ich hab nur blau. Musst du safe fluten. Musst du safe fluten. Irgendwas muss ich da tun. Weil wenn ich nicht die safe fluten bin, hab ich kein Schild und so. Juwel! Gib mir das Kack-Leben! Danke, Juwel! Das ist für dich, Juwel! Das ist für dich, Juwel! Das ist für dich, Juwel! Ich hab schon in drei Tools rasiert. Ich liebe es mit Lamas rumzulaufen. Ich liebe es mit Lamas rumzulaufen. Es gibt es nur einen einzigen Nachteil, Digga. Dieser Tier. Der ist ganz verdächtig. Und sucht nach Gegner. Er denkt sich... Assanderurop! Wauw. Wauw. Kacke! Kacke! Nicht die Fahmas! Ich hasse die Fahmas. Lass mich mit der Kacke abwappnen. Wauw! Legtausend Spieler! Brauch ich nicht! D-Kupp. Oh! Alter! Oh mein Gott! Dicker! Oh! Prater uns! Was ist los, Digga? Ach, killst du? Meine Erste, wo man jetzt schon noch killst, Digga? Prater uns! Prater uns! Prater uns! Das war's mit dir! Neun Kills! Baby! Noch einer! Oder? Ja, noch einer! Ich geh bald in die Hölle! Ich geh bald in die Hölle! Noch einer! Ist das wirklich so? Er ist jetzt... Noch einer! Jetzt noch einer! Och, nicht noch einer! Prater uns! Was geht los? Och, nö, nicht du! Benni! Nimm das! Nimm das! Nimm das! Tickles! 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 Nur blaue Sachen gehabt! Und ich mach 10 Kills! Blau! Alles blau gefühlt gehabt! Am Anfang! Und ich habe meine Belohnung! Kack's um! Gib die Milis! ich hab was schockt bekommen wegen den 10 Leuten ich hab was schockt bekommen was ist das gestorben mein Digga ich steck mich so fuck 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 was soll ich jetzt tun was soll ich jetzt gegen 10 Spieler tun ich hab sie einfach getötet egal ich dachte mir auch zu sparen ich muss zu Luke nicht ich... ich... Digga überall sind hier schon diese kacken Magnetfelder Fels kacken Magnet und dann kommt diese Pest die guckt nach verschiedenen Magnetfeldern Digga ich hab 10 Kills Gegner drauf zu Bandit wieder mal nächster Gegner der den Raubzug geblendet hat und ich was zum Luke nicht weil das dann fast meine letzte Chance ist für mich natürlich auch da was der Bus ist das ist ne andere Bus oder? ich glaub nicht dass es der gleiche ist den ich... den wir... den ich bei Luke nicht meinte das sieht so herrlich aus wie die Leute mit dem Luftballon hochsteigen das ist so herrlich geil los Grapplinghook cool 3 vor 15 tschüss an boah geil da kann ich mich hier rum er ist selber runtergefallen es kann mal ein Sieg werden wenn ich... es nicht schaffe dann bin ich... oh mein Gott bitte da ich kann nicht put da cut weppeln oooh das hast du schon Das war's komplett Der letzte Wagen ist das gefühlt schon Ach nö, was dahin Muss der Raubzug erledigen Mit elf Kills muss ich Das reicht Leider Das war's für die Johnny-Familie Der wird mich grad schon anschneiden Ja, der wird mich grad schon anschneiden Aber als erstes